Hallo und herzlich willkommen liebe Zockerfreunde und ich hoffe das funktioniert jetzt alles so wie ich mir das natürlich erhoffe mit dem neuen Mikrofon und endlich auf meine schöne Topfrisur kann ich nicht wirklich was großartig versauen derzeitig. Ja Montag und es ist Bundesliga Zeit und hier spielt jetzt die absolute B-Mannschaft von uns da auf dem Platz, weil es geht derzeitig nur gegen Fortuna, gegen einen Abstiegskandidaten und im nächsten Spiel müssen wir mit dem Rückspiel gegen Arsenal und deswegen habe ich die meisten auch auf der Reserve gelassen damit die sich dann im sogenannten Erholungsmodus behandeln. Ich gebe einfach mal heute mal Vergos die Möglichkeit sich zu behaupten und ja eins sind für uns wohl alle irgendwie sicher. Das mit Lassoga geht leider nicht so weiter. Wir können es uns halt nicht erlauben, dass unser eigentlich unser Stamm Stürmer es einfach nicht hinbekommt sich durchzusetzen, die Tore zu machen etc. und ja und ein Bakali, der da natürlich immer wieder mal durchhuschen tut und das dann auch mal bringen tut, sich durchsetzen kann und in den richtigen Momenten dann auch die Tore bringt, ist zwar schön und gut, aber er ist halt eigentlich kein Stürmer. Er ist ein Flügelspieler, er ist ein Rechter und ein Linker Flügelspieler und hat eigentlich nur die Aufgabe die Bälle zu demjenigen hinzubringen. Wir müssen wirklich gucken, was wir dort in der nächsten Zeit wirklich machen, weil jetzt müssen wir im Sturm uns wirklich ein bisschen mehr ran halten. Paulsen müssen wir halt noch ein bisschen, so jetzt, wir müssen uns halt zusehen, dass wir, jetzt muss ich kurz gucken, das habe ich nicht ganz so schnell hingekriegt. Oh ja, weil wie gesagt auf Schwierigkeitsgrad Weltklasse sind dann auch so genannte Teams, gerade wie Arsenal dann nochmal eine Ecke schlimmer, als sie ohnehin es sind. Halleluja! Maximilian Beiste, er lasst es hier mal ganz schnell krachen und macht nach sieben Minuten hier schon aus dem Kreis, aus dem Halbkreis wollte ich gerade sagen, aber das ist ja gar nicht so korrekt. Aus dem Mittelfeld mal einfach das Ding bombenmäßig rein, ja keine Chance für den Torhüter aus Düsseldorf. Das war auch ein richtig bomben krasser Schuss und den gucken wir uns hier nochmal in der Wiederholung an und super wie er da den Verteidiger abgenommen hat. Schön aus der Drehung und dann zimmert er das Ding mit einem, würde ich schon fast sagen, angeschnittenen Schuss. Präzise oben ins linke rechte Eck, ich würde glatt sogar sagen rechte Eck und damit bringt sich Maximilian Beiste wieder in den Vordergrund und er sollte mehr solche Dinge und mehr Aktionen von diesen Leistenden kann er nämlich auch so in Schatten von Nikolai Müller heraustreten. Denn der hat sich, der hat die Position einfach hier von Maximilian Beiste einfach so gnadenlos übernommen, dass der gar nicht damit klarkam und wir eben gerade gar nicht wussten, was war das denn jetzt auf einmal? Und schon ist da der Ausgleich. Da haben wir nicht richtig aufgepasst, wir laufen einfach an den Spieler vorbei anstatt an ihn ranzugehen. Ja und dann kommt dort die Nummer 26 und Deno kann nicht so schnell reagieren. Und schon ist der Ausweich da, also das ging ja mal hier richtig fix. So, Mukta kann den Ball noch behalten. Oh, Bellinghausen hier gegen Maxim Beiste. So, jetzt kann sich Saar aber durchsetzen. Aber Vergos hat das Problem, dann kommt er mit dem Ball auch nicht aus dem Knick. So, schön ausgespielt, aber Papé Abdou hat diesen Ball uns da zugeworfen. Ah, da wollte er mal durchhuschen, nochmal die gleiche Aktion so in etwa nochmal bringen. Aber dann ist er am letzten Verteidiger dann nachher stehen geblieben. Ah, da kam Vergos nicht gut ran. Jetzt hier vielleicht Mukta mit der Chance. Ah, da war der Innenverteidiger der Düsseldorfer dann doch parat und hat das gesehen und geahnt, wohin der Ball kommt. Jetzt wird es hier versucht, ein schnelles Spiel aufzubauen. So, Maximilian Beister sieht vaga aus. Aber der kommt nicht ganz an den Ball ran. Der Innenverteidiger kann den Ball noch abnehmen. So, Mukta wieder. Ne, der lässt einfach mal den Ball da liegen. Ja, der Rückpass war gar nicht mal. Haben wir uns den zu weit vorgelegt. Das ist immer nur das Problem. Wir kommen dann im Zweikampf irgendwie nie an die Leute richtig ran. So, sichere Abgabe hier wieder zu Kraft. Ach, das ist ja Kraft drin. Genau. Na, geh mal, geh mal, geh mal, geh mal. So, Reinhardts. Na, da konnte aber Onestal den Ball halten, auch wenn der von Vergos unten geschossen wurde. So, sie versuchen es jetzt hier wieder über die Seite. Aber Reinhardts macht das wieder richtig gut zu. Und setzt seine Position klar und deutlich rein. Und macht sich dadurch natürlich auch unersetzlich. Ja, dort wieder eine kleine Fehlargumentation zwischen den Verteidigern vom Hamburger Sportverein. Die sich da noch gar nicht so sicher sind, wo sie dann immer hingehen sollen und wer auch wen dann stehen soll. Das muss noch ein bisschen besser werden. Aber es ist halt immer das Problem, auch bei einer Mannschaft, die nicht so oft zusammenspielt. So. Ach, nein. Wieder perfekt ausgeklingt. Und wieder der gleiche Fehler. Wir laufen an dem Mann vorbei. Machen dadurch dann den Raum offen. Und Kraft kann dann nur noch dem Ball hinterher schauen. Ja, sowas darf uns natürlich ganz klar nicht gegen solche Abstiegskandidaten wie Düsseldorf passieren. Das muss natürlich ganz anders gehen. Ja, und was das jetzt eben gerade war, weiß ich jetzt auch nicht. Und dann immer diese Hinfalle. Das ist immer so typisch FIFA mäßig. Ich lass mich jetzt mal fallen. Oder ich weiß wieder nicht, wer da am besten mal hingehen soll. Ach, Werner, ey. Ja, und dann ist Pause. Und eben dachten wir noch in den ersten paar Minuten, hey, das läuft doch gut. Wir sind im richtigen Modus. Und da hat sich wohl auch einer bei Düsseldorf verlässt. Da wird es wohl eine Ausklärwechslung geben. Ja, achte Minute. Beißer macht das erste Ding. Und dann hat es aber nicht lange gedauert. Vier Minuten später kam gleich der Ausgleich. Und dann kassierten wir auf einmal den Rückstand. Und das wieder bei der gleichen Situation. Wir machen hinten den Raum offen und kassieren dann. Und da müssen wir wirklich besser aufpassen. Und wir müssen im Sommer definitiv mehr für unsere Verteidigung tun. Denn auf einmal haben wir weniger Verteidiger, als wir eigentlich bräuchten. Und das ist nicht das, was eigentlich ein Verein haben sollte. Denn zu wenige Spieler, das geht auf die Kraft. Und jetzt müssen wir uns aber erstmal konzentrieren. Und da ist es schon wieder. So, Werner geht mal hinterher. Ach, schade. Konnte den Ball nicht behaupten. Heuberg. Heieiei. So Lindl wieder dort am Ball. Jetzt kann doch nicht wahr sein, oder? Das ist gerade richtig spannend für die Fans aus Düsseldorf. Nur für uns. Hier sehen wir nochmal das Tor von Düsseldorf, das zum 2 zu 1 führte hier gegen uns. Und Bellinghausen wird jetzt hier die Ecke vollziehen. Und wir müssen jetzt auf jeden Fall ein bisschen besser koordiniert sein. Oh, Alter, das gibt's doch nicht. Wird doch mal, irgendjemand wird doch mal... Oh, da fehlt dem Muck dann nachher den klitzekleinen bisschen Schwung, um dort weiterzukommen. Und hier seht ihr es. Ja, nächstes Spiel ist gegen Arsenal. Und da hat Mr. X ja schon die richtige Ausstellung mal gebracht. Und hier soll Christian Gartner, er soll jetzt hier für Lamberts erstmal kommen. Und ich bin der Meinung, hier wird sich, in diesem Spiel wird sich noch einiges tun. Und das hoffe ich mal, dass wir hier noch einiges vollziehen können. Und bitte nicht noch solche Dinge. Boah, das gibt's doch nicht. Das ist doch wieder einfach nur witzlos von FIFA, ja. Immer diese gleichen Field-Dinge. Ja. Der läuft dagegen. So, Lindl. Lindl ist wirklich gefährlich bei Düsseldorf. Der wird immer oft angespielt. Und versucht, den Ball immer so schnell wie möglich ins Tor zu verfrachten. Oh, da verliert der im Sekundentakt den Ball. Das ist der Wahnsinn, Junge. Da drückst du und knüppelst hier auf das Gamepad rum. Und einfach fummeln die dich einfach aus. Oder stoppen dich denn. Oder in dem letzten Fünkchen bringt er dann einfach das Ding nochmal ganz haarscharf hier. Das war eine ganz haarscharfe Situation hier für uns. Kraft gut pariert. Und hier geht schon die nächste Auswechslung. Und natürlich habe ich wieder mal vergessen das Ding auf Vibration zu schalten. So, jetzt machen wir den richtig hinten dicht. Was? So. Da sind wir wieder. Und jetzt muss hier auf jeden Fall mal was anderes kommen. Außer die schlechte Parade, die wir dir jetzt gerade bringen. Vielleicht bringen wir ein bisschen mehr Ballspiel. Das meine ich wieder so. Dann hast du das Gefühl, als ob deine Jungs hier mit Eisenbändern an den Schuhen laufen. Ja. So. Jetzt gibt es hier ein Foulspiel. Jetzt gibt es hier auch die dritte Auswechslung. Und ich werde das jetzt auch mal machen. Ich bringe jetzt wirklich mal ein paar. Unerfahrene mal mit rein. Damit die auch ein bisschen Spielpraxis bekommen. Und die anderen Jungs sich dort nicht allzu arg, sage ich jetzt mal, ausbauen. Obwohl man ja bei Van Deelen sagen muss, er hat ja richtig gut gespielt. Immer wenn er auf dem Platz gewesen ist. Und Bell, den wir ja von Bayern Guld haben, der soll sich ja auch mehr pushen. Und der muss es dann auf jeden Fall bringen. Foul hier von den Düsseldorfern. Martin Saar. Oh, Werner. Das war die Möglichkeit. Die wichtige Möglichkeit in der 87. Minute wenigstens den Ausgleich zu schaffen. Und das ist doch schon schlimm, dass wir ja der drittplatzierte gegen ich glaube 17. oder so wirklich so haarscharf ran machen, ran klotzen müssen. Und hoffen müssen, dass wir hier noch einen Ausgleich schaffen. Nein, wieso hat er den Ball nicht genommen? Oh mein Gott. Ich konnte auch nicht rechtzeitig umschalten. Es war nicht möglich. Es ist kein Durchkommen. Und somit verlieren wir hier sogar noch ein Spiel gegen Düsseldorf. Wir haben das Ding komplett aus der Hand. Und ich weiß nicht, was das Problem heute wieder irgendwo gewesen ist. Wir wurden ganz schnell ausgespielt. Wir sind nicht mitten überhaupt ins Spiel mehr gekommen. Auch die zweite Hälfte hat nichts daran gebracht, dass wir ganz arge Schwierigkeiten haben noch mit dem Koordinationsspiel und dem richtigen Zusammensang. Das muss morgen gegen Arsenal auf jeden Fall besser klappen. Aber dann stehen ja auch wieder die richtigen Leute auf dem Platz. Da muss es aber definitiv besser funktionieren. So, mich würde natürlich jetzt erstmal interessieren, ob das jetzt mit der Sprachqualität alles gut geklappt hat. Und wenn das eben so ist, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben und schreibt bitte in die Kommentare, wie euch das Video so jetzt mit dem neuen Mikrofon gefallen hat. Ja, das ist nämlich ganz wichtig. Ich muss nämlich auch irgendwo ein bisschen Feedback erhalten, ob das Sinn macht, sich so eine teure Anschaffung natürlich auch zu holen. So, wir sehen uns auf jeden Fall Montag und dann wird ein besseres Spiel gemacht. Ja, schreibt doch bitte auch nochmal in die Kommentare, wie ihr gerne das Spiel morgen sehen würdet und wer denn auf dem Platz stehen sollte. Also, bis dahin liebe Zuckerfreunde und haut rein!